meine liebe freunde ich stricke jetzt cardigan und das ist ermell letzter samstag oder sonntag ich weiß nicht ich bekomme eine kommentar von frau dass die fragt mich warum ich zeige nicht wie ich stricke bündchen ich erzähle nur aber selber ich zeige nicht drum ich habe entschieden so kleine video machen dass sie sehen wie ich stricke bündchen zuerst schauen sie ich habe gestrickt mit meine cardigan und auch meine ärmel habe gestrickt mit stricknadel nummer acht ja ich bin fertig mit ärmel ich meine ich komme bis daher ja ist noch bisschen ich muss stricken bündchen hier ungefähr fünf cm drum ich würde jetzt zeigen wie ich stricke bündchen ok bei mir auf stricknadel ich habe 60 maschen hier so was wir machen zuerst wie nehmen mir kleinere stricknadel ich nehme 45 ja kann auch nehmen fünf aber mehr kleine ist immer besser natürlich nicht 33 ist zu wenig hier zwischen 45 so dann stricken ich weiß dass 60 maschen für für mich ist zu viel und ich will haben nur 40 ich muss abnahme zuerst machen so stricken eine masche zwei zusammen und ich rechne eine abnahme dann wieder zwei eine masche stricke eine rechte und dann zwei zusammen drei vier so ich rechne immer fünf zwei zusammen und ich rechne fünf ja dann weiter eine rechte zwei zusammen sechs sechs 7 8 8 9 10 11 12 12 12 13 14 15 16 17 18 19 und ich muss noch eine abnahme machen einfach zwei zusammen stricke letzte 20 jetzt ich habe nur 40 maschen so große stricknadel brauche ich nicht mehr stricken jetzt nur mit kleiner so sie haben gemerkt ich stricke nur rechte maschen jetzt ja und schauen sie hier bei mir war auch was habe ich kreuzung ja wie heißt das ich habe hier zupfe und ich sehe auch ich musste hier kreuzung machen aber ich mache nicht weil wann wir machen kreuzung und dann wie stricken bündchen das wird nicht schön aber so ich lasse einfach und stricke jetzt auf linke seite alle maschen alle maschen linke maschen stricke reihe ist fertig linke seite habe gestrickt und jetzt sie entscheiden für sich selber ob sie stricken einfach 1 zu 1 oder 2 zu 2 oder stricken sie rechte maschen so ich meine kraus rechts ist bedeutet rechte maschen auf rechte seite und rechte masche auf linke seite so aber dann wir bekommen sowie stricken 5 cm unsere bündchen abnahme haben wir gemacht ich zeige dann auch ein kleines video wie ich stricke bündchen für ganze körperteil weil das war auch frage so schauen sie ich stricke 1 zu 1 weiß nicht das ist einfach ich liebe 1 zu 1 mehr als 2 zu 2 so ist bei uns bisschen laut bei draußen ist heiß und ich habe balkon auf und letzte ist linke masche jetzt ist drücken so viel wie viel sie brauchen bündchen ich brauche fünf cm und dann komme ich zurück meine bündchen ist fertig schauen sie wie schön ist das sie können mehr lang natürlich bündchen machen so wie sie wollen ich möchte so dann abgeben machen so zwei zusammen mit eine rechte masche und das bisschen elastisch unsere bündchen ich mache immer so zwei zusammen dann umschlag weiter zwei zusammen und dann ich würde diese masche ziehen durch umschlag und erste masche schauen sie so dann wieder ich mache umschlag und wieder stricke zwei zusammen und wieder ziehe durch diese masche wieder umschlag wieder zwei zusammen siehe durch umschlag zwei zusammen und so bis ende vergessen sie nicht umschlag machen immer nächste zwei zusammen ich zeige wie das schaut dann eben davon unsere bündchen sehr oft ich nutze solche methode zum abketten meine maschen dann ist sehr elastisch rand sieht nix wegen diese umschlag was wir machen dazu und jetzt bald fertig so noch eine umschlag zwei zusammen und sind durch und jetzt letzte masche was wir machen wir müssen einfach noch eine masche ziehen durch schauen sie ich habe hier woher ich würde wegschneiden diese muher mit linke hand ist nicht einfach so mache das weg und dann ich brauche immer ich ziehe mehr lange faden weil ich würde dann meine ärmel nähen ja drum ich ziehe so lang das ist genug dass ich kann dann richtig nähen so meine ärmel fertig schauen sie schauen sie wie schaut rand von unsere ärmel ja schön und schauen sie ist sehr elastisch sehr elastisch so schaut aus so meine liebe das wollte ich nur zeigen wie sie wissen heute ist mittwoch normalerweise ich musste zeigen eine muster aber ich habe gezeigt so schnell wie möglich wie ich stricke bündchen weil viele fragen sind die fragen mich so dann wann ich bin fertig mit ganze cardigan dann würde ich auch zeigen wie stricke bündchen für ganze cardigan für körperteil ich meine hier weil hier noch ich muss weiter stricken ja noch eine ärmel und dann die länge von meiner cardigan okay so meine liebe ich wünsche euch alles alles gute bleiben sie bitte gesund ja heute ist mittwoch und ich habe auch heute geburtstag schönen tag muss man sagen alles gute eure strick mama wir sehen uns bald wieder bis합니다 bis 14 bis 15 Vielen Dank.